Schockgänger-Polizisten jagen mich. Don't forget my Pokémon, Alter. Let's fucking go. Progress ist heute real. Ja, es läuft, man. Läuft. Läuft auf jeden Fall flüssig. Oh shit, Mann. Da schau ich einmal auf den Chat und schon ist die Kacke wieder am Dampfen. Oh oh. Mann, Alter, quetscht hier mein behindertes Motorrad ein. Wie kann man das jetzt noch verkacken? Willst du mich verarschen? Ich muss mal ganz kurz den mit dem Dildo loswerden. Hey, mit dem Dildo ist keine gute Idee. Oh, jetzt fängt er an zu schießen. No problem. Schnell, schnell, schnell. Kann ich mal... Mann, get the fuck out of here, du Penner. Alter Verwalter, Mann. Mein Motorrad... Jetzt fängt er an zu schießen, der Bulle. Mann. Get fucked, Alter. Mann, come on jetzt, Alter. Verpiss dich, du! Steig mal beim Beifahrersitz ein. Geht natürlich auch nicht. Bist du jetzt bescheuert, oder was? Shit. Shit, die Tastatur geht nicht mehr. Du musst pausieren. Eine Minute zehn. Eine Minute zehn. Behalte dich, Mann. Ab und anstecken, schnell. Die Bullen sind hinter mir her. Shit, ich kann nicht pausieren. Es geht nichts mehr. Kacke. Mach. Sie geht nicht mehr. You fucking... Lass mich nicht so hängen jetzt, Mann. Das bitte. Escape. Oh mein Gott, sie geht wieder. Alter, mein Motorrad breit, ihr Ficker. Es war ja wieder mal so unlucky einfach. Das ist nicht meine Schuld. Das Einzige, was... Wo ich mich schuldig fühle, ist, dass die Tastatur auf einmal nicht mehr ging. Ähm. Die hat einen kleinen Wackelkontakt. Sieht so aus, Mann. Aber sonst... Das war nicht meine Schuld, Mann. Der Dude hat Road Rage gemacht und hat voll angefangen, mein Motorrad einzusperren. Und das ist doch Scheiße, Mann. Jetzt aber. Ja, jetzt geht's, Mann. So, let's go, Baby. Was... Zieh dir mal was Hübsches an. Du bist von der Figur her nicht ihr Typ, Mann. Fick dich ins Knie. Sinn für Humor scheint es heutzutage... What the... Ich hab so viel Sex-Appeal und ich krieg sogar Fortschritt bei dem Millie. Bei der Mühlen-Fotze. Fick dich halt. Aber wieso? Muss ich jetzt echt ins Fitnessstudio? You fucking kidding me, Mann. Körper ist nicht alles, Mann. Meine inneren Werte zählen. Ich bin ein guter Mensch. Ich hab noch nie jemanden getötet. Das ist eine Lüge, Mann. Okay, wir müssen... Die Mucke dazu. Jetzt krieg ich noch ein Fahrrad. Ich muss sie noch bloß töten, Mann. Lass mich in Ruhe hier. Shit, schnell. Verreckt doch einfach, Verstappte. Diese Nutte kostet Zuffe. Ich häng mich hier gleich auf, Mann. Verpiss dich mit der Schlampe jetzt. Das letzte Mal, dass ich mein ganzes Leben eine Frau angeschaut habe. Get the fuck out of here, Mann. Get the fuck out of here. Kein Bock mehr auf sie. Kein Bock mehr. Ich zieh mich jetzt um und dann machen wir Missionen. Diesen Müll geb ich mir nicht mehr. Ich bin hier kurz vorm Ausrasten. Seit einer Stunde dackel ich dir hinterher, der Frau. Wirklich, seit einer Stunde, Mann. Ey, Schnauze gestrichen, Freunde. Schnauze... Es steht bis oben, Leute. Bis oben. Steht's mir. Wofür stehst du eigentlich auf, Mann? Willst du mich... Verdammt! Wo ist denn die Tastatur? Komm her, du Nutte. Ich mach dich jetzt so fertig, du blöde... Komm. Aaaaaah! Den Hitler-Schrank-Zug, Mann. Verpiss dich, Alter, oder? Ich schmeiß dich aus dem Fenster. Diese behinderte Kack-Mischung-Gattern. Was ist denn das? Was ist denn das? Was ist denn das für ein Müll? Alter, geh verrecken, bitte. Verreckt doch endlich! Ja, wow. Ja, wow. Das ist auch ein sicker Pilot, Alter. Der steht einfach noch. You're fucking kidding me! Wie oft explodiert denn der noch, Mann? Was? What the fuck? Mann, der explodiert und explodiert und stürzt aber nicht ab, Mann. Ist das fucking... Was ist das für eine Terminator-Maschine? Hey, ich werd hier komplett verarscht von dem Ding. Hier wird uns niemand finden, Mann. Da hat sie wenigstens einen schönen Ausblick, Mann. Schönen Ausblick bei deinen letzten Minütchen. Hast du noch irgendwas zu sagen? Irgendwas? Das Ding ist auch noch echt verdickig. Was du mir alles angetan hast? Blöde Kuh, Mann. Ganzes Leben ist wegen dir im Arsch. Jetzt kriegst du eine Rechnung dafür. Komm mal her, hier. Komm mal her, hier. Wo ist mein Dildo? Komm mal her. Stehst doch drauf, Mann. Oh, Mann. Regel Nummer zwei. Unbedingt vermeiden, dass ein Mädchen auf einem Date zu bluten anfängt. Kann ich dafür, wenn sie ihre Tage kriegt, Mann. Schubst dich ins Meer, blöde Fotze. Get the fuck down. Geh schwimmen, Alter. Shit, das war vielleicht nicht so gut, Mann. Jetzt entkommt sie mir noch, hier. Ich sehe sie nicht mehr. Ich sehe sie nicht mehr. Fucking Cheat aktiviert, Mann. Blöde Kuh, Mann. Lässt sich niemand ermorden von mir. Ich werde dir wahnsinnig. Wo ist denn die Nütze jetzt hin? Ich will sie doch bloß töten, Mann. Spiel. Lass mich doch ein bisschen Spaß mit dir. Fuck, ich kenne mir. Was geht mit dir? Mann, was geht? Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich muss nicht hin. Oh, das ist Dirtyplay, Alter. Er schreibt direkt Noob, Mann. Willst du mich verarschen, Mann? Only Explode? Du bist das erste Mal explodiert, du kleiner Pisser. Was bist denn du für ein Faggot? Alter, was ist denn das für ein Dude, Alter? Get the fuck out of here. What the fuck? Auf was für einem Level spielen wir hier? Kindergarten-Level oder was? Da gehört sowas nochmal dazu. Guckt sie... Irgendwann später. Wegen so einer Scheiße verkack ich das dann, weil ich mich aufregen muss über so einen Dude. Fucking kidding me, ey. Fucking kidding me. Jetzt ist dieses Kleinkind in meinem Kopf drin. You fucking... Mit so einem Behinder... Nee, du kriegst den Sieg nicht. Vergiss es, vergiss es. Konzentrier dich, Alter. Diese Pussy, Mann. Kriegt hier gar nichts von mir. Außer Herpes, Mann. Was ein Shot, du Homo-Fürst? Ey, wieso kriegst du noch keinen Power-Shot hin, Mann? Wieso triffst du den, du den einfachst... Das ist fucking... Game over, Alter. Diese Pissnelke, Alter. Mit drei verfickten Nutten-Sätzen aus seinem ungewaschenen Drecksmaul, mit dem er jeden Abend seine Mutter ausschlägt, ja. Kriegt er mich so weit, dass ich nichts mehr kann, einfach. Oh mein Gott, are you fucking kidding me? Ernsthaft jetzt? Und dann machen wir doch gleich mal Ausrufezeichen Key, Leute. Let's fucking go. Ich würde sagen, das sieht gut aus. Ich tapp wieder ins... Was? Wieso stürzt du das ab, Mann? Dasselbe Drama wie beim letzten Mal, als ich Underground 2 gestreamt habe. Genau und deswegen... Ah... Wollte ich es nicht mehr streamen, Mann. Es ist doch... Wieso, Mann? Wieso? Oh Gott. Are you fucking kidding me? Hauptsache, ich krieg noch mal einen Schaden, wenn er wieder auf dem Boden liegt, ey. Willst du mich verarschen, Mann? What the... Ganz ruhig. Kätzchen, ja, tut mir leid, Mann. Holy shit, ich bin immer noch Geisterfahrer. What the fuck, Alter, wo sind wir hier? Wir sind in England, Mann. Ich hab das komplett vergessen. Er hat das komplett vergessen. Da war doch Fisch... Fisch, ich hab mich da an. Drunk gefällt es mir besser. Ich mich auch. Ich gefällt dir Drunk besser. Echt, ja, das muss ich ehrlich widersprechen. Ich danke dir für deine Donation, Bro. Ähm, ich komm mir nicht vorwärts. Los, ich... Ver-ver-verfick das England, Mann. Verpiss dich, bitte. Bitte radier dich von der fucking Weltkarte, ey. Hier sind auch viele Flaschen im Chat. Kätzchen! Kätzchen, Mann. Beste Frau, Alter. Du kriegst jetzt 500 Free Homies von mir. Es sind viele Flaschen im Chat. Dem kann ich bloß zustimmen, Mann. Dem kann ich bloß zustimmen. Normalerweise werde immer bloß ich gehatet. Aber hier wird mal der Chat gehatet. Zurecht! Hardcore-Kätzchen kriegt jetzt von mir 503 Homies, Mann.